Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Herzlich willkommen bei Maschinen Geiler hier in Kötschach-Mauten. Ich habe den Betrieb 1985 ungefähr 40 Jahren gegründet und habe damals angefangen mit zwei Lehrlingen. Jetzt ist der Betrieb angewachsen auf 40 Mitarbeiter und davon haben wir dann zwölf Lehrlinge. Wir haben zwei Standorte. Der Hauptstandort ist auf Kötschach 56 mit Werkstätten und Ersatzbeilager und der zweite Standort befindet sich hier in der IPK-Halle, wo wir auf 5.000 Quadratmeter Halle und 5.000 Quadratmeter Außengelände zugreifen können. Wir bei Maschinen Geiler bieten unter anderem ein großes Sortiment an Grünlandtechnik an. Mit unseren namhaften Herstellern Krone und Sieb können wir das komplette Grünlandprogramm abdecken. Weiters haben wir noch Gruberlade wegen dem Angebot und Rundballenpressen von New Holland. Wir bieten alles von groß bis klein, von Traktoren, Landmaschinen über Forstgeräte, Gartengeräte aber auch praktische Tuk-Tuks und was wir auch noch haben ist Sicherheits- und Arbeitsbekleidung, weil Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Ja, wir bei Maschinen Geiler haben natürlich auch ein sehr großes Sortiment an Kleingeräten. Das reicht von Rasenmäher, Rasentrimmer, Laubbläser, natürlich auch Schneefräsen oder Hochdruckreiniger und haben immer Spitzenprodukte von den Marken Kärcher, Husqvarna und Honda im Sortiment. Ja, und ganz wichtig ist eben auch, dass wir alle Produkte und Geräte, die wir anbieten, dass wir die servisieren und reparieren können und dafür haben wir eben über 20 Mitarbeiter, die bestens ausgebildet sind, die sich eben um die Anliegen kümmern. Wir von Maschinen Geiler bieten natürlich auch eine Vielzahl von Traktoren ab. Unsere drei Haupttraktormarken sind New Holland, Deutz Fah und Antonio Carraro. Wir decken das PS-Segment ab, von 25 PS bis 250 bis 300 PS in unserer Region. Der Hauptbedarf ist bei uns eigentlich für die Grünlandbetriebe, Ackerbau und Forst und auch die Gemeinden oder die Kommunaltechnik bieten wir auch an.